Das auffällige Frontdesign gibt dem Townstar Kastenwagen eine moderne Note. Der neue Nissan Townstar Kastenwagen, der Kleintransporter von Nissan, schafft es zu gefallen. Angetrieben wird der Townstar von einem 1,3-Dig-T-Benzinmotor mit 130 PS und einem Drehmoment von 240 Newtonmeter. Auch der Durchschnittsverbrauch von sparsamen 6,7 Liter ist erwähnenswert. Serienmäßige Voll-LED-Leuchten bieten beste Sicht. Der Laderaum misst 3,3 Kubikmeter. Kisten, Paletten oder andere Ladungen finden so ihren Platz. Die niedrige Ladekante und die großzügigen Durchlassmaße ermöglichen eine problemlose Beladung. Hohe Konnektivität und neueste Sicherheits- und Assistenzsysteme, wie sie auch die Kombivariante des Nissan Townstar bietet, sind ebenso mit an Bord. Je nach Ausstattungsvariante erleichtern Goodies wie der intelligente Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung oder der automatisierte Parkassistent den Arbeitsalltag. Die hier gezeigte höchste Ausstattungsvariante Tecna ist aber einem Preis von 29.050 Euro exklusives Steuern erhältlich. Mit diesem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis konnte uns der agile Kleintransporter überzeugen. Bei gewerblicher Nutzung ist der Nissan Townstar Kastenwagen vorsteuerabzugsberechtigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017